Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es wieder ein leckeres Frühstück mit Ei und mit Wurst und mit Tomaten. Super lecker und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. So, ich habe jetzt ein bisschen Butter hier zum Schmelzen gebracht. Ich habe hier eine kleingeschnittene Tomate, die kommt jetzt da rein. Ich mache das lediglich nur, weil ich nicht will, dass die Tomaten ganz kalt sind, also sie sollen ein bisschen warm werden, damit das nicht so kalt ist auf dem Omelett. Das kommt auch gleich wieder in diese Schüssel rein. Während die Tomaten so ein bisschen brutzeln, kann ich schon mal, ich habe hier zwei Eier. Die schlage ich so ein bisschen mit der Gabel und mit Salz und Pfeffer, damit wird gleich das Omelett gemacht. Die Tomaten sind warm, die tun wir jetzt in eine kleine Schüssel. In die Pfanne tue ich jetzt wieder ein bisschen Butter. Da kommen jetzt die Eier rein. In den ersten Sekunden könnt ihr das immer noch so ein bisschen umrühren, wenn ihr eine gut beschichtete Pfanne habt. Dann wird das Omelett ein bisschen fluffiger. So, jetzt schalte ich den Herd ein bisschen klein. Dann kommen die Tomaten rüber. Und hier habe ich so ein bisschen geriebenen Gouda. Die Hälfte davon tue ich dann über die Tomaten. Dann habe ich hier Salami oder Sucuk oder eure Lieblingswurz, die ihr gerne mögt. Kommt da rauf. Den Herd habe ich klein geschaltet. Dann habe ich hier Peperoni, Chilis. Mein Sohn mag es gerne scharf, deswegen mache ich für ihn die scharfen. Wenn ihr es nicht scharf mögt, nehmt ihr einfach eine gewürfelte grüne Paprikaschote. Und den restlichen Käse. Darüber streue ich jetzt noch ein bisschen Oregano. Die Herdplatte ist auf der niedrigsten Stufe. Dann kommt ein Deckel auf die Pfanne. Ich habe leider für diese Pfanne keinen Deckel, deswegen muss ich es mit einem Tablett machen. Und das bleibt jetzt so zwei, drei Minuten so. Und durch den Dampf werden dann die Wurstscheiben auch schön gar. Also die werden so ein bisschen schwitzen. Und das dauert auch nicht lange. Und dann ist das leckere Frühstück auch gleich fertig. So, ich habe jetzt hier einen Esslöffel Wasser. Den werde ich so am Rand entlang so ein bisschen. Und gleich wieder den Deckel zumachen. Ich will, dass so ein bisschen Dampf erzuhalten wird. Jetzt nehme ich den Deckel ab. Der Käse ist jetzt schon geschmolzen. Die Wurst ist warm geworden. Und es sieht richtig lecker aus. Und es ist jetzt auch sehr lecker fertig. Und fertig ist ein wunderbares, leckeres Frühstück. Das ist super lecker geworden. Ein richtiges Wohlfühlfrühstück. Probiert es unbedingt mal aus. Ich habe auch noch weitere Frühstücksvideos. Ihr müsst mal in den Playlisten gucken. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NA